Langweilig, seid mal kreativer. Langweilig, seid mal kreativer. Ja, speziell der Teil hat mir ganz besonders gut gefallen. Ich würde mal sagen, sowas kann man nur unterstützen. Was ihr gerade gesehen habt, war der Trailer vom Cup of Architects. Das Ganze ist ein Bauwettbewerb, wo verschiedene deutschsprachige Architekten gegeneinander antreten. Und da wir uns als Pixelbiester dachten, dass das eigentlich eine ziemlich gute Sache ist, haben wir uns dazu entschlossen, als Werbeträger für das ganze Projekt dazustehen. Bei uns wird man immer die Zwischenrunden verfolgen können, also sozusagen die Cinematics zu den einzelnen Plots der Teilnehmer. Wenn ihr genauere Informationen wollt, dann müsst ihr einfach mal bei dem YouTube-Channel von Cup of Architects vorbeischauen. Dort gibt es genauere Infos zum Bewertungssystem oder verschiedenen Sachen, alles was eben dazugehört zu so einem Contest. Außerdem gibt es natürlich auch einen Server, da könnt ihr euch das Ganze auch live anschauen. Aber bevor ich noch viel weiter rede, schaut einfach vorbei, macht euch selber eine Meinung oder schaut einfach nur die Zwischenrunden bei uns. Da könnt ihr auch immer auf dem Laufenden bleiben. Joa. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video-Video. Bis dahin haut rein und cheerio. Bis dahin haut rein und cheerio.